Leute, ich weiß jetzt nicht so richtig, ich kann die Dimension nicht erkennen. Ihr sollt natürlich dort auch nicht zu dicht am Rand und runterputzeln. Sind wir da drauf praktisch. Ihr seid da drauf, ne? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ist dein Geländer? Ich glaube nicht, ne? Also haltet ein bisschen Abstand. Also dann bleibt ihr so ein bisschen in der Mitte. Da sind bestimmt hier zwei Lüftungsteile. Spanneteln Untertitelung des ZDF, 2020